Zuerst einmal freu es mich herzlich, dass Sie so willkommen sind. Ich bin daher in die Schule zum ersten, zu unserem ersten Tagesordnungspunkt. Wir haben uns gedacht, 40 Jahre Matur ist unglaublich, dass das so lange her ist, ist fast nicht zu glauben. Wir haben uns gedacht, es gehört wirklich gefeiert. Wir haben es ja die letzten Jahre immer. Sie sagen, ewig in Erinnerung bleiben wir Gaudi am Musikendor und meine Freundschaft und ein paar so Sachen anstimmen. Das hat mich wirklich sehr, sehr bewegt und das werde ich nicht vergessen. Und darum haben wir gedacht, ich werde jetzt dahinter sein, wenn sonst keiner war, wäre mir ... ... normalerweise zeitlich passiert ist, aber ich bin jetzt auch extrem unter Druck gekommen mit vielen Dingen, privaten Dingen und jetzt die ganzen Wahlgeschichten und so. Vielen Dank für dich, von allen Dingen, an die Frau mit einer anderen Person zu sehen. Ich bin jetzt echt ein guter Wake, von allen Dingen und so. Ich bin jetzt auch die große hostess NV – ich bin jetzt mit der Lage in Begriffe. Ich bin jetzt immer gekommen, bis dann in die Welt. Es wäre mir dein und der Mutantig. Und ich bin jetzt nicht so, dass Du bist. Und ich bin jetzt wunderbar, und du bist! Aber du bist. Und meinst nicht so, wie ich das ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.